Hallo, hier ist Hans-Werner Olm. Ich bin gerade in New York und trinke ein Expresso. Ist total im Koggen gerade, total angesagt. Aber ich sag mir immer, was ist New York gegen Wächtersbach? Ich bin geil auf Wächtersbach und möchte euch gerne besuchen kommen. Da habe ich eine Tournee drum gestrickt, die heißt Mach fertig. Es gibt eine Menge zu lachen. Und das ist so lustig, dass ich mir am liebsten selber zugucken möchte. Kann ich aber nicht, deswegen brauche ich euch. Und ich freue mich, wenn wir uns kennenlernen in Wächtersbach mit dem Programm Mach fertig. Yeah, ja. Na gut. Peace. Oder, weiß ich auch nicht.